ja hallo ihr lieben wir sind hier in world of warcraft dragonflight in der version 10.1.7 wir sind hier im kristallsangwald auf nordend über eine questline aus den dracheninsen aus dem mazurblauen gebirge sind jetzt hier bei lanigosa die uns die quest der klang der stille gibt kehrt zu kaligos im mazurblauen gebirge zurück kriegen 28 gold und silber schatten flammen wappenbruchstücke des drachen und wieder flugsteiner und mal gucken nachdem der fokussierkristall zerschmettert wurde werden die echos bald verblassen und diese ruinen werden still sein endlich werden die geister von schandler ihre verdiente ruhe finden es ist schon viele jahre her dass ich andere atmende lebewesen gesehen habe ich schweige denn andere meiner art ich bin nervös eintrag 387 epilog die echos von schandler haben ihre wacht beendet es ist zeit dass ich nach hause hier so und da kann man hier zum portal zu den azura schieben und können die quest bei kaligos abgeben der klang der stelle bekommen die flugsteine die bruchstücke und das gold damit sage ich vielen dank fürs zuschauen schaltet gerne wieder ein lasst gerne like und abo da schaltet auch gerne mal auf mein twitch kanal ist verlinkt im youtube kanal und damit bis zum nächsten mal tschaui